zu kommunizieren. Dazu hat zum Beispiel gehört, einmal im Monat eine Mumble-Sitzung aufsuchen. Und das sind so Mumble-Sitzungen, ich glaube, da hat einer von den Kollegen gesagt, ich bin wahrscheinlich einer der Einzigen, der da jedes Mal gewesen ist. So, diese Treffen, die haben viel Berichte gebracht und nicht ganz so furchtbar viel Relevantes, was jetzt für uns dringend wichtig war. Aber wenn was dabei war, dann habe ich es auch rumgeschickt und berichtet, damit wir das alle zur Kenntnis nehmen konnten. Ja, dann hatten wir, kaum überraschend, aber mit einem unheimlich riesigen Posteingang zu tun. Den konnten wir nur bewältigen mit der Hilfe von dem Sekretariat, im Wesentlichen Achim hier vorne. Vielen Dank auch dafür, Achim.